Ich bin der Erik, ich bin Küchenchef in Griechberg, bin jetzt schon acht Jahre oben und es würde mich echt freuen, wenn ich euch einmal kulinarisch verwöhnen darf. Anbei möchte ich euch noch ein Kochbuch vorstellen, was erst rausgekommen ist von Böck, Beste Österreichische Gastlichkeit, wo wir auch mit Rezepten vertreten sind und kocht es mal nach, vielleicht funktioniert es. Und somit wünsche ich euch guten Appetit und schaut mal vorbei.